Hallo ihr Lieben, heute ist Welt-Cocktail-Tag und Diana zeigt euch zwei super einfache alkoholfreie Cocktail-Rezepte zum Nachmachen. Wir brauchen ein Glas und einen Cocktail-Shaker, da kommt der Saft einer halben Zitrone rein und Waldmeistersirup. Das Glas wird zur Hälfte mit Sprudelwasser gefüllt, dann Zitronensaft und Sirup ordentlich shaken und zum Wasser in das Glas füllen. Wenn ihr zu wenig genommen habt, einfach nochmal Wasser und Sirup nachfüllen. Wenn ihr zufrieden seid, kommt die Deko an die Reihe. Einfach ein Stück Pfirsich aufspießen und eine halbe Orangenscheibe an den Glasrand stecken, Eiswürfel dazu und schmecken lassen. Für Cocktail Nummer 2 kommt wieder Waldmeistersirup in den Shaker, dazu Orangensaft und der Saft einer halben Zitrone. Wenn das Ganze eine ordentliche grüne Farbe hat, bekommt das Glas noch eine halbe Zitronenscheibe und eine halbe Orangenscheibe als Deko. Und das Allerwichtigste, ein Cocktail-Schirmchen und tadaa, so schnell habt ihr zwei erfrischende Drinks für Sommertage zubereitet und noch mehr Rezepte findet ihr in diesen Büchern, die ihr bei uns ausleihen könnt. Tschüss!